Herzlich Willkommen S7 Full French Lace H-Tuppet, hergestellt aus französischer Spitze mit transparenter dünner Haut, Anseiten und Rückseite. Der Basis mit einem natürlichen Look durch die Bleichknoten. Ist sehr atmungsaktiv, fühlt sich weich an und ist sehr leicht. Basisgröße beträgt 8x10, die mittlere Haardichte und die indische Menschhaare schaffen Ihnen ein sehr natürliches Aussehen. Bestellen Sie mit dem Produktcode S7 und bei Kauf von mehreren Produkten profitieren Sie von unseren Angeboten. Nicht vergessen, wir schneiden und stylen Ihre Lieblingsfrisur. Also besuchen Sie uns auf www.lothair.com 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 www.lothair.com